hallo zusammen herzlich willkommen zurück in der apokalypse mit dem spiele kaiser hallo apokalypse now du hast eben erzählt ja neue aufnahmesession genau wir sind wieder nicht im livestream oder wieder nicht nein wir sind diesmal nicht im letzten mal beim livestream dass du hier ein haus entdeckt hast ja es wurde in den kommentaren gesagt dass es hier das berühmt berüchtigte fleischermarkt bunker gedächtnis haus gibt irgendwo in dieser stadt als wir reingekommen sind oder irgendwo soll das sein müssten wir mal schauen aber fahrräder nähe noch nicht so weit sind wir noch nicht das ist so sandfarben und außen sind so springbrunnen ich habe das nämlich im live stream entdeckt sandfarben das heißt backstein oder nee so um lat so terracotta mäßig ein bisschen heller so curry keine ahnung in der hütte in der stadt hier auf der anderen seite soll das so sein wir sind jetzt im nordosten so südwesten die richtung würde ich mal laufen ich bin halt ich habe keine ausdauer wir haben auch schon 20 28 die ideale zeit um ein haus mit springbrunnen zu suchen ja jetzt die hunde kommen schreie ich wie ein mädchen ja wir sind mit unter der woche und zu spät in den live stream anzuwerfen beziehungsweise wir nehmen jetzt einfach so auf was mit springbrunnen davor da vorne ist was aber kein aber keinen klinker ich glaube nicht ich muss sehen dann kann ich den wagen toll dass wir nicht hier sind kindergarten wie groß ist das nicht so groß ist mittel groß wir gehen jetzt hier um halb ne vom viertel von neun gehen wir erst mal hier ist eine baustelle hier ist hier ich habe eins hier 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 bei mir da sind zwei springbrunnen mal so blumenkübel meint oder ja könnte sein terracotta farm das sieht gut aus dann wecken wir schon mal die zombies da drin action musik habe ich schon mal also meine axt kaputt sehr guter moment und ich habe keinen stein leckt mich doch es ist doch nicht wahr es ist doch nicht wahr steine man gibt mir einen stein jetzt bin ich da ich habe hier eine tür an ich kann mir die tür nicht rein wir haben jetzt sehr zäh und wo sollen da was zu trinken von jugger juice habe ich sehr geil was die außentür hier verdammte axt ich treffe es nur ich treffe alles wir haben hart im rumlecken gerade hier der mann hier unten rein meinst du da ist eine tür hier nicht mehr schön hier ist eine tür hier ist eine tür hinter der stadt und hier geht es im keller ja dann müssen wir uns wo wir die nacht verbringen werden müssen wir wollen ja wie geil ist das denn bitte ich kenne das gar nicht ich habe bei jacky nicht wirklich lange reingeguckt aber ich sehe nur doch ich habe es einmal als er da ist er so durch mehrere türen durch ich habe mich schon gewundert ob er die alle gesetzt hat ich habe auch nur im letzten spiel mitbekommen dass ich da vorbeigerannt bin und alle so ey da ist er, da ist er, da ist er ich mache hier mal zu hinter uns ja scheiße habe ich mich jetzt verjagt irgendwas kloppt hier, hörst du das? ja der war schon tot die sind doch über leichensäcke wie übel ist das denn bitte was ist das für eine location ja die musst du looten, die sind super alter wie sieht das dahinter aus die haben irgendwie Versuche gemacht also ne, hier ist irgendwo eine Leiter oh irgendwie ein Leuchterhelm wäre toll ein Leuchterhelm, hast du nicht ne achso hier ist eine Leiter, hier geht eine hoch ja ach du bist hoch, bist du richtig? ja ja wir sehen mal nix ein ach das ist gut lass dich vorbei, ich habe eine Schrotze lassen sie sich achten, ich komme durch Pitsch, Patsch, da war das Kapitän ab so ey, hier kann es sich aber auch fein verlaufen ne, warum hinter uns zu nur aus Sicherheitsgründen ich habe so viel Schüsse daneben geballert macht doch nix hauptsache sie sind alle tot ich sehe überhaupt nix du siehst gar nix wie ja doch, ein bisschen seh ich schon bald wir stellen mal beide Gamma hoch Gamma ist ganz normal Gamma auf 75 mein Gamma ist wie immer wir versuchen gerade noch ein bisschen was zu trinken aufzutreiben was trinken hab ich Coffeemaker habe ich schon da hast du Wasser du hast noch Wasser, wo hast du hingebrockt? ich habe einen eine pinke farbe gefunden habe ich nicht so schicke schuhe ja du hast schicke pinke schuhe tja und jetzt wie gesagt erst mal wichtig ich komme runter bin da okay ist auf jeden fall hell hier ist super stoffen dann lassen sie mitnehmen und suchen erstmal so viel ist ja eine bei mir killen jetzt noch jemand hier hinter der tür ist bereit ja eine schreitante durch meint hier unten bei uns weil ich hoffe nicht noch immer zu da hier kommt es noch was da kommt einer und dann kommt ein paar weiter 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 warte 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 sie kommen ok bin wieder soweit super nachgeladen noch zwei schuss habe ich zwei schuss dann ist schluss das ist der raum von der anderen seite waren nice ja das ist das übel aus manche von diesem untersuchungstisch mit dem licht ist ja der krippe es hell müssen unbedingt taschen machen vernünftige an der warte mal als nicht ausgemacht oder dunkel geworden ich warf mich natürlich hast du das licht ausgemacht stil tut schimmertig geil ich habe auch noch eine pistole dabei macht es ja viel leichter dann nehme ich doch immer an start was hier schon aufgeschlagen jetzt verbringen wir eine nacht in der hütte ohne licht das ist gut ne gibt es ordentlich sachen guten schittel ja so so tabletten und so weiter so habe ich nicht eine axt dabei gehabt ich habe ein messer ich habe ein messer was ist doch kein messer so modden wir uns mal ein bisschen roten spring ich bin mega hart überladen aber ja du hast ja zeit außerdem moment brauchst du einen eisenhelm ich weiß gar nicht im cowboyhut auf nehme ich gerne so dann ich dir mal auf oder das klappen ich weiß nicht bei den cowboyhut hast du da nicht drin oder kann er nicht leuchten er kann nicht leuchten das ist überhaupt möglich ich habe nur ein pinke style deswegen habe ich das hier warte mal dann kann ich den hier modifizieren dann kann ich da ich habe auch noch bringen das was jetzt was auf pinker minias und weiß wieso schreit sie sie auf der anderen seite finde ich den weg herunter ich krieg dich ja das schaffen sie wieso schreit die nie wollte es nicht der schreier das ist nur dass das taunten ne oh shit wo sie komm her bist du hin jetzt hat sie dich gesehen komm her guck dir mal an sie ist wie sie runter bullen die kleinen säule ach so mit noch dachte wir dort naja da kommen sie kommt was hinter uns höre ich auch was fuck lauf 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 oh nein ich habe keine munnen ei 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 macht's ich bereit machen wir hier die schütze oder was jopp hör mal ein passen aua die kommen hier noch was ja da kommen wir der arsch woppelt nach naja meinst du hier diese dinge auseinander nehmen diese liegen und so weiter bringt was liegen war so nicht ich habe doch irgendwelche experimente gemacht mit mir ein oder zieht geil aus und voll blau ist so und immer immer stehen durch wenn man mal so oder so cool danke sehr gerne dankjewa oh ja plastik elektronische teile ich finde dieses neue schraubgeräusch finde ich richtig gut ja ne fühlt sich gut an it feels good man ich mache uns hier mal eine kleine kiste rein einfach nur um ein bisschen schrott da rein zu schmeißen neben die türe so da 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 das ist das das ist das obwohl warte mal hey hey mechanical parts sind richtig ach so warte mal wir haben auch noch Stoff hier ne in dem Raum davor da waren die waren diese Schlafkurien wie in so einem U-Brot aber du hast keine in der Tasche ähm muss ich gucken ich hab sieben Mandaten wenn du das brauchst oder sowas ne ne ich brauch Stoff Stoff ja dann lass uns einfach eins zurückgehen hier war doch dieser Raum wo ich noch sagte luten Gott ist das dunkel dunkel im munkeln ist gut dunkeln das auch ich kann die blöde Axt nicht reparieren weil ich keinen Stein habe nebenan ist jemand drin ich brauch Stein ich hab kannst von mir haben ja bitte ähm hier leg danke äh kann man die Betten auseinander schrauben warte mal ey guck mal die sind doch Spinde die sind doch gar nicht gelügelt die sind doch gut ja wie geht'n Dorfs ja ich bin grad einfach nur durchgerannt ich hab so da irgendwie Baseball Cap die kann man auch scrappen oder müsste doch auch Stoff geben ich hab Alkohol alles wird gut ey ey in der Apokalypse schön hoch die Tassen das hast du grad du hast hinter mir aufgemacht du wahnsinniger da waren wir noch nicht clear jetzt aber mhm Pipi Wasser hast du das auch wenn du einen getötet hast dass du unfassbar schnell rennst das liegt dann an den Cheats du musst die nun mal auch rechtzeitig ausschalten mit der Zuschauer wenn ich merke jetzt wird langsamer Leder nehmen ist das vielleicht ein Skill? ne einfach die Ausdauer die jetzt alle waren ich weiß es nicht ich hab das Gefühl dass wenn ich irgendwie im Kampf war oder jemanden getötet habe dass ich dann extrem schnell renne ist bestimmt irgendwas ja ja ist jemand dahinter wollen wir kurz aufmachen warte sind wir bereit? klar gut du bleibst raus ich schließe ab so hoch? die hat sich da einfach durchgebuddelt ja guck mal hoch wo du mal einen Frame draufsetzen achso ööö skuchen wir hier raus? einfach hochlaufen bisschen Hocke vielleicht noch? ne aber wie haben die was war da drauf? äh weiß ich nicht Das ist ja ein geiler Bunker. Aber nur Feiglinge leben in diesem Bunker. Ja, ich setz mal, soll ich mal Woodfrance machen? Ich hab dich. Mach gleich zu. Noch ein bisschen Holz, weil ich wollte mal ein bisschen upgraden. Das gibt nämlich extrem gute XP. XP? XP. Workbench haben wir, ne? Jaja, so hab ich auch gelernt. Wir haben eine gegenüber und ich hab auch. Sollen wir hier reingehen? Oder sollen wir zurück zur Base gehen? Ich hätt gesagt, Waffenanschlag. Noch mal kurz nachladen. Ich guck mal eben, ob wir da noch was haben, was ich brauch. Dann krieg ich gleich weg. Oh oh. Hier kommt was mir entgegen. Hallo, junger Mann. Ich nehm das alles. Wie läufst du? Spritze weg. Soviel zum Thema. Wir schleichen uns nach Hause. Ja, ich schleiche mich. Ich werde mal, komm nicht raus. Komm ich hin nicht raus. Stopp, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja. Ich mach dir. Wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Gerade eben wieder so hoch. Ui. Weil du gecheatet hast. Du hast denn den Cheat dann oben ausgemacht. Stimmt gar nicht. Natürlich hast du. Ich kann keine Schauvel machen. Ich muss es wirklich so wegschlagen. Warte. Ja. Danke. Ja, das ist also der berühmt-berüchtigte. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch noch die Autos wegschlagen. JF Bonker. Da wohnt der Fleischhammer. Also soll man markieren? Mhm. Okay, pass auf. Ich mach ein Dings. Ich mach ein Waypoint. Save the Waypoint. Äh, ein Zuhause-Symbol. JF. Zuhause. Und, äh. Share with everyone. I've done this. Danke. Hast du die anderen Busse hier? Soll ich die wegfranchen? Wenn du Platz in der Tasche hast. Was? 2500? So ein fester Bus. Okay, ich lass es. Kommt auch nichts hoch raus. Ja, wenn du die Skills einigermaßen hoch hast, dann geht es wahrscheinlich besser. Fallbaum. Beispiel. Das ist krass so ruhig, oder? Nachts. Ja. Nachts sind alle Katzen grau. Das ist hübsch. Du hast gesagt, ähm, äh, 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 Mother of Lord. Nee, wie hieß es? Mother of Lord. Nein, äh, hier die Geschichte mit dem, dem Tragen. Ähm. Mit dem Tragen. Hecpec-Mio. Würde sich nicht lohnen, weil, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, ein paar Punkte kann man reinpacken, ähm, du kannst aber Taschen craften irgendwann. Okay, macht es Sinn, noch mal eine meiner sichs hineinzulegen, dann haben wir ja immer drei. Ja, dann habe ich noch gar nichts. Habe ich jetzt. Da habe ich noch nichts. Dann pass auf, dann mache ich hier, mache ich mal eine Ex, zwei Stück. So ein Ex, was fehlt hier? Den klopp ich so scheiße. Steine fehlen. Ja, warte. So? Nee. Hier ist ein Ressourcenstein. Äh, ich hatte eine Steine von dir. Ja, aber es waren nur zwei Steine. Ich klopfe mir ja nichts. Komm mal, ja. Ein paar Zombie-mäßiges. So. Da noch ein bisschen Gras. So, Stone-Ex. Zwei Stück. Stufe 3. Man sieht jetzt übrigens auch beim Craft, welche Stufe man herstellt, ne? Hier. Komm mal her, komm mal her, da ist ein Zombie hinter dir. Bleib mal stehen. Danke. Äh, wo ist sie jetzt hin? Warte mal. Die müssen wir uns merken, gell? Darunter sind jeweils Minen. Und irgendwas habe ich auch gelesen, dass die das nochmal gefixt hätten. Irgendwas mit, ähm, mit Anzahl oder sowas. Du baust jetzt kein Rohreisen mehr ab, sondern kriegst direkt Scrap-Iron zum Bleistift. Und das wurde geändert? Und das wurde geändert? Nein, ich meine jetzt im letzten Patch von der Alpha 18. Achso. Das war einer der Punkte. Dann war das das. La 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 la. Bin ich mal gespannt, wie der Baum verschwindet, so ein Riesen-Tanner. Ja. Kann nur der Kaiser mitten in der Nacht. Ich hab keine Angst. Ja, bums. Bis die Bäume umfallen, ey. Wieso? Ja, das liegt aber irgendwie am Server. Ja, er ist so schnell. G-Portal ist einfach so gut. G-Portal. Da fahren selbst die Bäume in 7D schneller. So geht's da. Was war denn das jetzt? Was ist denn schwer geworfen? Sperr-Werflübung. Schala, schala, la 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 la. Das ist nämlich richtig gut, wenn du aufwärtest jetzt. Da machst du extrem schnell viele Punkte. Ja, dann machen wir hier. Können wir die? Die können wir nicht updaten, ne? Die Balken. Aus irgendeinem Grund. Ah, doch. Man kann die. Ah, mit Blech. Mit Blechle. Hier kannst du das Blech. Was? 41 Blech ballert der da rein? Also Scrap Iron. Wow. Das ist aber ordentlich. So, jetzt sehen wir doch gut, ne? Müssen wir eigentlich nur noch Spitzen oben ran machen, ne? Ah, hier. Hier unten drunter. Eigentlich, so müssen wir uns das wegnagen, also. Wir müssten schon was bauen. Ja, wir brauchen Fahrrad, oder? Dann können wir auch... Genau, wir brauchen Fahrrad dringendst. Und wir... Ja, wo zu essen? Ein Fahrrädchen und... Na, sag schnell. Äh, weiß ich nicht mehr. Ich hab's vergessen. Im Zementmixer, jetzt hab ich's. Ja, jetzt haben wir's. Ja, pass auf, dann... Ähm... Soll ich uns eine eigene Werkung machen? Macht schon Sinn, oder? Äh, ja, ja, klar. Definitiv. Oh. So schwer beladen. Ich komm ja nicht mehr hoch jetzt. Und wenn wir mir hier diese Schräge wegmachen, vorne diese Schuttrutsche, oder was das ist. So. Was brauchen wir denn für eine Workbench? Weg, weg, weg. Also, Hammond Klauhammer. Mh... Warte. Äh, nö, ja. Den haben wir auch eine Ranch haben wir. Nee, wir brauchen noch ein Klauhammer, eine Ranch. Ja, hab ich auch. Hab ich noch einstecken, hab ich sogar eine Defekte einstecken. Mhm. Äh, wir brauchen ein Holz, den Klauhammer, dann brauchen wir ein Mechanical Parts. Haben wir nur zwei Stücke einstecken. Hier sind 74. Und 75, ähm, Quatsch, äh, und 25 Forged Iron. Äh, 35. Bitteschön. So, dann brauch ich noch den Klauhammer, der hat's mir auch hingeworfen. Dann mach ich uns mal da weg. Ach so, warte mal, ich lege aber die, äh, die, wir beheben die Dreier Ranch auf, oder? Dann pack ich die... Ja, 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 ja. Der Rest vorübergehend mal kurz hier weg, bevor er die verbraucht, weil ich nicht weiß, welcher er nimmt. 18 Minuten. Die eine ist zwar kaputt, aber... Kraft. Fünf Minuten. Jetzt sind fünf Minuten? Ich brauch fünf Minuten, um so eine Werkbenschütze zu dengeln. Mhm. Okay. Äh, jetzt sehen wir hier richtig gut. Guck mal hier, wie du hier runterballern kannst. Die Frage ist, ob wir hier die Träger rausnehmen können. Ob das trotzdem hält. Wobei, wenn wir nur die unteren rausmachen, dürfte es eigentlich gehen, weil da sitzt ja auch nirgendwo auf, ne? Ducktape und Leder. Was, tausende Eisen? Haben wir eine, haben wir eine, äh, Pickaxe? Ähm. Wollen wir mal, können wir nicht eine machen? Hast du, äh, Ducktape in der Tasche? Ich kann auch eine Iron Pickaxe machen. Wir brauchen nur noch mehr Forged Iron. Und Ducktape. Hast du, hast du Ducktape in der Tasche? Mhm. Aber wir haben bestimmt Knochen und Leder und so ein Kram, oder? Äh, Knochen und Leder haben wir, ja. Oh, Bottlemurky Water. Okay, dann mach ich mal eben ein bisschen Glue. Also wir müssen zumindest hier den unteren Holzklotz unten rausschlagen. Und dann dafür einen Gitterreimann hier. Und den, wenn die wir hier sehen können, wird man auch in die andere Richtung ballern können. Und wir sollten halt unten die Wande entweder aufwerten zu dem Schacht. Also sind die ja ratzfatz da drin. Oder, und, oder, ähm, vielleicht dann ein paar Spitzen davor machen. Auch wenn sie uns das jetzt relativ schnell wegnagen. Ja, die Eisenspitzen bräuchten wir, die sind richtig gut. Genau, oder wir nehmen die, 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 die hier Bleistiftspitzen nenne ich sie. Gibt's die noch? Die machen wir aber andersrum hin. Dann können die sich ja nicht hocharbeiten, weißt du? Ah. Also die setzen wir praktisch mit der Spitze an die Wand. Wenn das noch geht in der Alpha 18. Ich würde, ja. Ja, wie auch immer. 2,29. 27 Minuten Folge durch Jackys Bunker. Und, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, Fläche. Wenn's euch gefallen hat, würden wir uns über den Daumen nach oben freuen. Wir nehmen auf zwei Kanälen auf, weil ihr könnt jede Ansicht jeweils sehen. Von daher schaut mal in die Videobeschreibung. Gibt's jeweils ein Link zum anderen Kanal. Oh, das klatscht gar nicht. Oh. Okay. Womit? Mit Recht. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.